also da haben wir die freiheitsstatuen wieder der ich den grad vorher gefilmt habe in colmar frankreich sie hat ja naja ich habe sie auf englisch gemacht aber naja ich erkläre dann warum die sieben strahlen hier das ist natürlich isis hier haben wir die isis bande da mit dem also in der auge der pyramide die pyramide pyramide ja und dann geschichtlich ja das ist die lego geschichte hier kamen die römer aber die wurden noch immer von diesem hier befehligt ja der kopf sind die pharaonen der pharaon adel und das sind die krieger meistens germanen ja ihr verräter ihr habt immer europa versucht kaputt zu machen und später dann noch mal mit den nazis und so noch mal europa kaputt machen damit da zwei millionen syrier reinkommen können ihr habt das gemacht germanen ja noch kurz und doch in der geschichte kamen diesen da und die wurden dann befehligt von diesen hier aber diese hier siehst du mit der gleiche krone die gleiche strahlen fast wieder der freiheitsstatue ja diese hier sind die gleiche wie diese hier das ist der pharaonen adel und die regieren immer noch es sind ja nicht die juden die regieren so wie hitler gesagt hat ja wir wir bringen alle juden um weil die haben den ersten weltkrieg da finanziert nein es war der kaiser von deutschland wilhelm der zweite das gesatz in uniform angezogen und hat gesagt jetzt ist krieg und wer sich weigert verweigert dann bringen wir um damit den helm mit dem obelisk darauf kaiser franz josef das gleiche von österreich die zaren der könig von england der könig von italien den ganzen adel diesen hier haben uns in den krieg geschickt da war kein einzigen juden da drin quatsch alles quatsch naja und dann kam die neue weltordnung siehst du da der skull and bones zeichen des freimaurertums und diese hier wollen auch macht und das waren die zweite dritte söhne des adels die nicht regieren könnte weil das war alles für den erstgeborene ja und darum gab es ein ein widerstand und große kriege nach revolutionen und so ohne ende damit es die neue weltordnung geben könnte das hier ist die neue weltordnung also die regierung das heißt freiheit darum heißt sie die freiheitsstatue von frankreich gegeben liberté fraternité egalität das ist nicht für uns das volk das ist nur für diese hier gleichheit damit alle die gleiche rechte haben inklusive die zwei dritt viert geborene brüderlichkeit wir machen keine kriege interne kriege mehr und freiheit wir haben alle die freiheit den könig für eine periode für vier fünf oder sieben jahre zu werden ja ok nachher kam hier die neue weltordnung da sind immer noch die römer können wir sie nennen da die haben schauen sie den film octagon the empire of darkness hat ein oktogonal ein achteckige mütze und daher der bobby hat auch ein ein so genanntes oktogon hier auf der mütze das ist alles templer geto leute ja naja und dann am ende kam diese das ist ja die menschheit rock'n'roll ein pizza das mädel und professor am besten nicht zu viel denken wir sind die sklaven und das ist die intelligenz hier um sich einfach den schädel aufzufüllen wie ein schwamm darum hat die ein hard disk auf dem kopf aber das ist nicht die echte intelligenz die echte es gibt zwei orten von intelligenz es gibt eine intelligenz sich den schädel aufzufüllen mit haufen sachen und das irgendwie wieder raus zu spucken wenn es gefragt wird aber es gibt auch noch die echte intelligenz selber etwas raus zu finden autonom ja das ist die intelligenz und das ist eine art von intelligenz die unsere herrsche ja nicht wollen auch diese hier die wollen nicht zur intelligenz diese hier auch nicht aber wir brauchen das sie wollen nur diese intelligenz eine art von hobbit märchen na ok nochmal diese hier da hat so ein ein hard disk auf dem kopf und da kann sich nur den kopf vollpumpen da da muss man ja einen leeren kopf haben um das vollpumpen zu müssen da muss platz sein ja aber es ist nicht die echte intelligenz eine echte intelligenz ist unter alle umständen selber zu denken und nicht dass man wieder nachzuspucken oder zu wiederholen was man alles da drin gesteckt hat in diesen hard disk es gibt zwei arten von intelligenz und das ist nicht die echte intelligenz diese hier ja diese hier also die die haben den echten intelligenz ja darum sind wir denen unterlegen und die regieren immer noch es sind nicht die juden so wie hitler gesagt hat die 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 regieren und darum bringen sie um und so es waren diese hier hitler hat gesagt den ersten weltkrieg das haben die juden da finanziert und so darum werden sie alle umbringen aber stimmt nichts es war kaiser wilhelm der zweite dass sie in uniform angezogen naja ich möchte nicht in wiederholung kommen gut also machen wir noch mal eine kurze zusammenfassung von dem ganzen hier ja also hier haben wir drei gruppen diese hier diese hier und diese da das ist die menschheit ja so wie ich das in meinem film oktogon das reich der finsternis gezeigt habe ja die drei kreisen das oktogon das ist das hier das ist die neue weltordnung oder sagt man das sind hier alles die römer teilweise neue weltordnung das hier eigentlich ist die neue weltordnung und hier die alte weltordnung da das alles alte weltordnung diese sind die neue weltordnung und das sind das ist der innere kreis das hexagon die werden geschützt von dem nächsten kreis das oktogon sind alles römer du auch ja ich meine dichter darum gibt es da die oktogon mütze hier und du ja ich meine dich auch du da ja ok und dann die werden geschützt von diesen hier da ist nicht mal die mühe wert das ist die menschheit ja und ja das ist auch die drei die heilige dreifaltigkeit wenn du willst und diese hier sind alles die gleiche da sind die gleiche hier wie diese hier und wie diese ja das sind nur die zweite dritte vierte söhne und das sind alles römer hier du auch ja sind die moderne römer und das naja ja was soll ich sagen ist alles ein märchen oder ein albtraum